Hallo zu Teil Nummer 24 meiner Megaserie über Musikproduktion. Auch heute geht es nochmal um wichtige Mixing-Grundlagen, nämlich um die verschiedenen Send-Optionen. Und auch wenn das ein bisschen trocken klingt, bleib bitte dran, denn das zu verstehen ist einfach wichtig, um optimal abmischen zu können. Ich werde dir die verschiedenen Send-Optionen hier in Logic zeigen, aber du wirst auch folgen können, wenn du eine andere DAW benutzt. Es kann nur sein, dass du in deiner DAW oder es ist gut möglich, dass du in deiner DAW einfach ein bisschen andere Einstellungen vornehmen musst, um zu diesen Ergebnissen zu kommen oder um diesem Ziel zu kommen. Aber das Grundverständnis bleibt das Gleiche, das solltest du verstehen, um optimal abmischen zu können. Okay, was sind Send-Optionen? Wir haben hier in Logic verschiedene Send-Optionen. Und zwar, wenn ich hier mit Ctrl-Klick draufgehe, dann siehst du, dass ich hier einmal unabhängiges Panorama habe. Über Panorama haben wir gestern gesprochen, schau dir das unbedingt auch an. Dann haben wir hier Post-Pan, Post-Fader und Pre-Fader. Um das zu verstehen, was das jetzt eigentlich bedeutet, musst du den Signal-Flow in Logic oder in deiner DAW verstehen. Du meinst jetzt vielleicht, dass der Volume-Fader hier das letzte Glied in der Signalkette ist, weil er ganz unten ist. Das ist aber nicht richtig, denn der Signal-Flow in Logic verläuft folgendermaßen. Du hast erst deinen Input hier, dann hast du die Effekte, dann kommt der Volume-Fader und erst zum Schluss kommt der Pan. Das ist schon mal wichtig als Grundlage zu verstehen. Jetzt in Logic, in deiner DAW schaust du, wie ist da der Signal-Flow tatsächlich. Das musst du wirklich verstehen. Wie läuft der Signal-Flow, um jetzt hier überhaupt folgen zu können? Wo sich der Send in der Signalkette befindet oder die Sends, das kommt darauf an, welchen Send-Modus du anwendest. Darum geht es jetzt gleich. Im Moment sind wir im Post-Pan-Modus. Das bedeutet, dass der Send nach dem Pan und nach dem Fader kommt. Das heißt, alle Einstellungen, die ich im Panning mache, nach links oder rechts oder hier im Volume, also lauter oder leiser, wirken sich auch auf die Aux-Tracks aus, die diesen Sends zugewiesen sind. In diesem Fall ist das jetzt das Ensemble-Plug-In, das Reverb und das Backing-Vocals-Delay. Das Backing-Vocals-Delay hängt hier im Original nicht drin. Das habe ich jetzt reingemacht, einfach damit ich dir das besser zeigen kann. Ich lasse jetzt diese Vocals solo laufen und spiele an dem Panning rum und an der Lautstärke und du wirst sehen, dass sich das hier direkt auf die Aux-Tracks auswirkt. Wir sind also im Post-Pan-Modus. Du siehst also, alle Veränderungen, die ich im Volume oder im Panning vornehme, wirken sich direkt auch auf die Effekte, auf die Aux-Tracks. Oder Send-Effekte aus. Außer beim Ensemble, das ist hier beim Panning nicht mit dabei, das ist einfach deswegen so, weil das Plug-In so geschaffen ist. Es geht ja darum, die Breite zu ziehen, das kannst du nicht nach links oder nach rechts pannen. Aber hier bei den beiden Reverbs hast du es schön gesehen. Die nächste Option, die wir hier haben, ist Post-Fader. Die stelle ich jetzt mal für alle drei ein. In diesem Fall ist jetzt der Send an den Fader gebunden, aber nicht an das Panning. Das heißt, die Lautstärke wird beeinflusst der Aux-Tracks, wenn ich hier die Lautstärke verändere, aber nicht das Panning. Auch das möchte ich dir kurz zeigen. In diesem Fall kann ich also das trockene Signal nach links und nach rechts pannen. Die Sens bleiben davon aber unberührt und bleiben in der Mitte. Wir haben dann als dritte Option noch Pre-Fader. Das stelle ich hier kurz um. Pre bedeutet zu Englisch vor. Das bedeutet im Modus Pre-Fader ist der Send also vor dem Pan und vor dem Volume. Das heißt, es wird ein komplett trockenes Signal über die Sens jetzt an die Auxiliary Channels geschickt. Und wenn ich jetzt das Volume hier runterziehe von den Vocals, willst du trotzdem das bearbeitete Signal, also über die Auxiliary Channels, noch hören. Okay, das heißt, du kannst das Rohsignal runterziehen, hörst aber trotzdem noch die Send-Effekte. Das kann hilfreich sein, wenn du hören willst, was eigentlich in deinen Sends passiert und wie der Hall jetzt zum Beispiel für ein bestimmtes Element klingt, ob der zu mumpfig klingt und so weiter. Diese Send-Modi sind also sehr hilfreich, wenn du unabhängige Kontrolle über solche Effekte haben möchtest. Es gibt hier als vierte Option noch das unabhängige Panorama. Das kann nützlich sein, wenn du zum Beispiel ein Element, zum Beispiel einen Vocal Track nach links pennen möchtest, aber das Delay für diesen Vocal Track nach rechts pennen möchtest. Das ist etwas Logic-spezifisch und das habe ich dir in Teil 17 schon erklärt bei den Backing Vocals, also Teil 17 anschauen, wenn du dich für dieses unabhängige Panorama interessierst. Für was ich mich jetzt interessiere, ist natürlich deine Meinung. Wenn du Logic User bist oder auch wenn du eine andere DAW benutzt, war dir klar, wie der Signal Flow in deiner DAW ist? Und wusstest du oder weißt du, was Post, Pre, Post-Pan, Pre-Fader, Post-Fader, was das bedeutet? Ich hoffe, du hast erkannt, wie wichtig es ist, das einfach zu verstehen. Und nicht nur das ist wichtig, sondern es gibt natürlich auch noch viele andere wichtige Dinge, an die du beim Mixing denken musst. Wenn du dir noch unsicher bist beim Abmischen, wenn du noch nicht so richtig zurechtkommst und dich zu oft in Details verhedderst, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen Schritten zum perfekten Mix kommst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du es dir runterladen. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte oder mir einen Daumen nach oben gibst. Und ich hoffe, ich sehe dich morgen wieder bei Teil Nummer 24. Viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns und bis dann!